ich grüße dich am wochenende freitag schön dass du eingeschalten hast ja ich muss dieses thema mal loswerden es geht um das thema bank wechseln wie vermeide ich diese hohen zahlungsgebühren quartalkosten stichwort ja bei der ersten bank wo ich mich begeben werde ist leider ungewollt noch eine überprüfung ausstelle ich bei mir um gottes willen das hat jetzt nichts mit irgendwas anderes zu tun also es läuft quasi so wenn man jetzt eine befreiungskarte des österreichischen rundfunk hat also die gisbefreiung damals heute haushaltabgabe dann kriegt man im quartal eine rechnung von 10 euro die bank austria verlangt für ihr quartal 31 euro 10 cent ab juli was ich nicht in ordnung finde weil erstens die banken einfach ihre sp kassen abbauen nacheinander und sowas kann ich nicht unterstützen und die erste bank finde ich deswegen vernünftig weil sie weniger kostet und weil sie in den zeiten wieder teuerung etwas luft zum atmen gibt natürlich und ja somit darf ich mich von euch verabschieden ein schönes wochenende natürlich und bald sind die sommerferien nahe